Alle über Organspendeausweise unsere Bereitschaft zu erklären, im Falle unseres Todes unsere Organe herzugeben für die Transplantation. Das wird als Menschenfreundlichkeit verkauft. Das riesige Problem ist, dass Organverpflanzung nicht möglich ist bei Entnahme aus Leichen. Dann sind die Organe kaputt. Die können nicht mehr verpflanzt werden. Organe müssen lebendfrisch verpflanzt werden. Und um dieses Dilemma zu lösen, hat man den Hirntod erfunden. Das gab es ja früher nicht. Es ist eine relativ kurze juristisch-pseudowissenschaftliche Definition, dass es neben dem richtigen Tod, wo das Herz aufhört zu schlagen, dem Exitus, auch den Hirntod geben soll. Wo das Herz ja weiterschlägt, das Problem ist nun, wie Gerhard Wisniewski in unserem Artikel aufzeigt, dass der Körper eines Hirntoden, weil er eben nicht tot ist, immer noch Schmerz empfindet und deswegen der Akt des Aufschneidens und der Entnahme für diesen armen, noch lebenden Sünder schrecklich schmerzlich ist. Und jeder, der jetzt so einen Organspendeausweis unterschreibt, muss damit rechnen, dass er im Falle eines Hirntodes auch auf diese brutale Weise maltretiert wird, um sein Herz, seine Niere, seine Leber oder was auch immer rauszureißen. Hinzu kommt, dass Untersuchungen zeigen, 60% der sogenannten Hirntoden könnten wieder reanimiert werden und ins volle Leben zurückfinden. Aber wenn Ihnen in der Zwischenzeit das Organ rausgerissen wird, dann sterben Sie allein daran schon, weil ohne Herz kann man nicht weiterleben. Und das ist der Mordfall. Es ist so, dass die Angehörigen, die ihre Kinder freigegeben haben zur Entnahme von Organen, haben viele Eltern ihre Kinder noch einmal sehen wollen nach diesem Vorgang. Und da haben sie festgestellt, dass die Gesichter ihrer Kinder völlig verzerrt, schmerzverzerrt waren. Die Haare waren teilweise weiß oder grau geworden in diesen drei Stunden der Entnahmung. Alles unter dem Entleiden fürchterlichste Schmerzen. Dass man auch weiß, dass diese zu explantierenden auf dem Operationstisch meistens festgeschnallt werden, die Gehirntoten festgeschnallt werden. Weil man Angst hat, dass sie sich aufstehen, dass sie sich aufrichten, dass sie den Chirurgen abwehren.